Was ist konkret der Unterschied zwischen niederer und höherer Prophetie? Das ist eine Frage, die sich unser Zuschauer Odisei 1987 gestellt hat. Der Unterschied zwischen niederer und höherer Prophetie ist ein Konzept, das sich in der jüdischen Mystik und in der Kabbalah findet, aber auch in anderen Religionen. Es bezieht sich auf verschiedene Stufen der prophetischen Offenbarung und das Bewusstsein des Propheten. Hier sind die wesentlichen Unterschiede. Was ist die niederere Prophetie 1? Ein Bewusstseinszustand. Bei der niederen Prophetie empfängt der Prophet die Offenbarungen in einem Zustand der Trance oder des Traums. Der Prophet hat dabei eine eingeschränkte oder verzerrte Wahrnehmung der göttlichen Botschaft. 2. Eine Art der Offenbarung. Die Offenbarungen sind weniger klar und können metaphorisch oder symbolisch sein. Der Prophet muss die Bedeutung oft interpretieren oder entschlüsseln. 3. Eine mediale Unterstützung. Niederere Prophetie kann durch äußere Mittel oder Objekte unterstützt werden, wie etwa durch Visionen, Träume, Nutzung eines schwarzen Spiegels, Wasserschau oder andere noch einiges mehr. Im Tanach, die hebräische Bibel, ist erwähnt, dass die Propheten ihre Botschaften in Träumen oder Visionen erhalten, die sie dann deuten mussten. 1. Ein Bewusstseinszustand. Bei der höheren Prophetie empfängt der Prophet die Offenbarungen in einem wachen und klaren Zustand. Der Prophet hat ein direktes und unverzerrtes Bewusstsein der göttlichen Botschaft. 2. Eine Art der Offenbarung. Die Offenbarungen sind klar und direkt, ohne die Notwendigkeit symbolischer oder metaphorischer Deutungen. Der Prophet versteht die Botschaft unmittelbar und eindeutig. 3. Eine direkte Kommunikation. Höhere Prophetie wird als direkte Kommunikation mit Gott beschrieben, bei der der Prophet die göttliche Präsenz und den Willen klar und direkt wahrnimmt. 4. Als Beispiel können wir Mose, im Hebräischen ist der Name Mosche ausgesprochen, nehmen. Er wird als der höchste Prophet angesehen, da er angeblich direkt mit Gott von Angesicht zu Angesicht gesprochen hat, ohne die Notwendigkeit von Visionen oder Träumen. 5. Zusammengefasst können wir also sagen, dass die Unterscheidung zwischen niederer und höherer Prophetie uns zeigt, wie die unterschiedlichen Ebenen der spirituellen Erfahrung und das Bewusstsein des Propheten im Umgang mit göttlichen Offenbarungen funktionieren. 6. Während niedere Prophetie oft durch Träume, Visionen und symbolische Deutungen vermittelt wird, ist höhere Prophetie eine direkte und klare Kommunikation mit dem Göttlichen. 7. Willst du wissen, wie man selber einen schwarzer Spiegel erstellen kann, damit du dich in astraler Wahrnehmung und dem Hellsehen üben kannst, dann schaue gerne in unser Video-Tutorial Schwarzer Spiegel selbst machen rein. Den Link findet du in der Videobeschreibung. Außerdem bieten wir regelmäßig Ausbildungen für Kabbalah-Nevuit an. Das ist die prophetische Kabbalah und der westliche Pfad der Prophetie, Seherrschaft und Divination. Auch hierzu findest du einen Link in der Beschreibung. Bis bald auf diesem Kanal und vielleicht bald in einem unserer Workshops.